Sein Lachen, seine Ehrlichkeit, ihm würde ich was anvertrauen. Er hat nur geschrieben, dass mein Herr meines Sicherland und meine Grieße hat ihm nicht geglaubt. Wenn wir diese Leute brauchen, warum können wir sie nicht behalten? So'n 80% von der Asiel-Anfrage wird in eerste instantie abgewiesen. Aber die Regierung will voortaan de maten van integratie laten meewegen. Dus wie Duits spricht, eine Baan hat und kein Strafblatt, hat voortaan toch kansen um zu bleiben, auch wenn es die Asiel-Anfrage ist abgewiesen. Wir haben ja immer Angst, er wird abgeschoben und das möchte man verhindern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017